Norddeutscher Rundfunk 2021 Und für sie heißt es jetzt Sagt die Wahrheit Und hier ist das Rappet-Team Lisa Feller Pierre M. Krause Partner Tetzvay Und Smudo Und hier ist ihr Gastgeber Michael Antwerpix Guten Abend, hallo Das ist mal eine wirklich lustige Sache Herzlich willkommen zu Sagt die Wahrheit In dieser ersten Runde Eine Hühnerberaterin Die weiß natürlich nicht Wie das Huhn im Ofen besonders knusprig wird Sondern sich kümmert sich um das lebende Putzige Federvieh Denn das wird immer beliebter in Deutschland Viele Menschen halten sich Hühner Viele Menschen möchten morgens ihr frisches Biologisches Ei sammeln Aber dafür braucht es halt auch ein paar Vorkenntnisse Und die kann sie uns geben Hühner-Coachin Mein Name ist Melanie Rupprecht Und ich bin Hühner-Coach Das heißt, ich berate Menschen, die sich Hühner zulegen Rund um die Themen Haltung, Fütterung und Pflege von Henne und Hahn Dann stehe ich zur Seite und gebe wertvolle Tipps Dabei ist es wichtig zu wissen, ob Kinder oder Haustiere im Haushalt leben Ein Fuchs sollte man nicht haben Ich sensibilisiere die Halter auch für Krankheitssymptome bei den Tieren Und nur wenn die Bedingungen passen, bleiben Hühner gesund Und ich räume mit dem Mythos auf, dass ein glückliches Huhn jeden Tag ein Ei legt Das machen nur Hybrid-Hühner Das arme Federvieh Seufzt Melanie Rupprecht Schön, ne? Dass wir uns auch mal damit befassen Lisa, du hast keine Hühner zu Hause, oder? Ich habe leider keine Hühner zu Hause Ja, aber du fragst ganz unbefangen und neugierig Bitte schön Absolut Kandidatin Nummer 1 Was sind Hybrid-Hühner? Hybrid-Hühner sind Kreuzungen, die extra von großen Konzernen so gezüchtet werden Aus eigentlich alten Rassen, dass sie einfach jeden Tag ein Ei legen Kandidatin Nummer 2 Warum sollten keine Kinder im Haushalt sein? Das kommt auf die Hühnerrasse an Also es gibt durchaus Hühnerrassen, die auch für Kinder geeignet sind Aber manche zum Beispiel das schwedische Perlhuhn Das ist sehr lautstärkeempfindlich Da sind Kinder zu hektisch Und Kandidatin Nummer 3 Wenn Sie sagen, die Bedingungen müssen passen, damit die Hühner gesund bleiben Was sind so die wichtigste Bedingungen? Also ich würde sagen, weniger als 30 Quadratmeter ist wirklich ein Problem Ist es nur der Platz? Ja, und auch der richtige Stall dazu, die richtigen Rahmenbedingungen Danke 30 Quadratmeter Mensch, da lebe ich aber ganz kommentiert Auf 30, ne? Und das holen Sie aber auch mehr Platz In München zahlt es da 2.000 Euro kalt für So ist es Ja, und kriegst es auch nicht warm So Nummer 1 Bis wie viel können Hühner zählen? Hühner können, ich glaube, tatsächlich bis zu 5 zählen Also Hühner sind ja wirklich sehr hoch Vielen Dank Nummer 2 Es gibt noch eine Besonderheit an Hühnern, was das Soziale angeht Nennen Sie mal eine davon Die Hackordnung Also Sie haben eine Rangordnung, die Sie durch Hacken quasi festlegen Vielen herzlichen Dank Nummer 3 Wenn das Huhn einen eingelegt hat, kann ich es gleich essen? Ein bisschen später Nummer 1 Wie viel später? Am besten ist es, wenn man das Ei mindestens 24 Stunden liegen lässt Vielen Dank Nummer 2 Hühner haben eine besondere Art zu gehen, beschreiben Sie die bitte mal Ja, die watscheln so ein bisschen Nummer 3 Wie gehen Hühner? Also, weil es sieht anders aus, als es eigentlich ist Ja, es ist so, wie Sie schon gesagt hat Das Watscheln, aber ein schnelles Watscheln Also Hühner können sehr schnell laufen Sag mal, was ist mit dir los? Ich hatte Hühner Nein Ja, ich bin mit Hühnern aufgewachsen Ich wollte gerade sagen Moment schon Alles über Hühner Wie viele Hühner hattest du? Ganz viele tatsächlich Ich konnte auch als Kind schon Hühner fangen, was echt schwer ist Was ist der Trick zum Hühner fangen? Ich bin ja gar nicht der Hohne-Experte, die sitzen da Ja, aber Aber deine Zeit läuft nicht Entschuldigung Jetzt Okay, Kandidatin Nummer 3 Haben Sie eine Lieblingshuhnsorte? Ja, das Amhorn und das Seidenhuhn Was macht das Seidenhuhn denn so besonders? Ja, es ist einfach schön Es hat blaue Ohrläppchen Vorne so ein bisschen eine blaue Schnauze Danke, Kandidatin Nummer 1 Kandidatin 3 hat gesagt, man braucht 30 Quadratmeter für einen Huhn Stimmt das? Nein, man braucht 10 Quadratmeter für einen Huhn Aber man sollte eben nicht nur einen Huhn halten Sondern wie viele idealerweise, Kandidatin Nummer 2? Mindestens 3 Damit sich eben auch so eine Rangordnung bilden kann Oder wenn ein Huhn stirbt, das andere dann nicht direkt alleine ist Ja, das macht natürlich Sinn Ja, das ist gut Experte für Hühnerfahren Dachte ich so, wenn 2 Hühner sich treffen Was machst du denn gegen deinen geschwollenen Kamm und so? Nummer 3 Warum sollte man sich denn einen Huhn halten wollen? Das sind verschiedene Gründe und Motivation Ich höre, fangen wir doch mal mit einem an Ich höre, fangen wir doch mal mit einem an Einfach, wenn man frische Eier hat Das ist immer ganz toll Nennen wir Nummer 2 ein Ei Ich finde, ein Ei 2-Ei-Dotter drin hat Das ist ein Doppel-Ei Das kommt aber sehr selten vor Sehr selten? Ja Wie selten denn? Vielleicht einmal bei 100 Eiern Wow Nummer 1 Stimmt das? Oder denken Sie, es kommt ein bisschen öfters vor? Es kommt auf die Henne einfach drauf an Manche Hennen haben einfach so eine Disposition dafür Dass sie im Doppel-Ei-Dotter liegen Nummer 1 Was macht man denn, wenn die Hühner wegfliegen wollen? Manche Hühner fliegen gut Manche Hühner fliegen weniger gut Und wenn man gut fliegende Hühner hat Aber wenig Platz Sollte man sich überlegen, eine andere Rasse anzuschaffen Ja, okay, okay Jawohl Ich habe auch ein bisschen Hühnererfahrung Meine Großeltern hatten welche gehabt Ach schon Und da gab es öfters als einmal einen Hunderten Doppel-Ei Ja Da wollen wir mal später die echte Kandidatin fragen Aber die müssen wir zunächst noch identifizieren Vielleicht ist sie ja Nummer 1 Sie sagt, Hybrid-Hühner sind Kreuzungen Nicht auf der Straße, sondern von Konzernen Die Hühner beherrschen einfache Mathematik bis zum Doppel-Ei Oder Nummer 2 Kinder geeignete Huhnrassen Das ist zum Beispiel schwedische Perlhuhn Und sie sagt, die Hackordnung ist wichtig Und Nummer 3 Nicht weniger als 30 Quadratmeter Empfiehlt sie für das schnelle Watscheln Das sie vor allem beim Seidenhuhn mit den blauen Ohrläppchen liebt Gibt es ein Seidenhuhn? Gibt es blaue Ohrläppchen bei Hühnern? Keine Ahnung Aber das ist eure Aufgabe Unfassbar schwer Also bei Kandidatin 3 habe ich das Gefühl Richtig gut vorbereitet Auch so Hühner beschreiben wie die aussehen Aber das Bauchgefühl bei mir tendiert eher zu 1 oder 2 Das war sehr detailliert Hier mit der Quadratmeterzahl Und verschiedene Rassen Hier kam sehr schnell die Hackordnung Also beide drücken geht nicht Ich lege jetzt einfach die Finger drauf Und gucke welcher schneller drückt Okay Das ist eine super Strategie Die 2 Nummer 1 Am Anfang dachte ich nämlich auch Das ist nämlich oft so Wenn man so übervorbereitet ist als Lügnerin Dass man dann so ganz viel Informationen loswerden Das war am Anfang so Später hat sie mich dann überzeugt Weil die Informationen einfach gestimmt haben Man soll zum Beispiel auch nicht das Ei gleich essen Eigentlich darf es nicht warm sein Wenn man es isst und solche Dinge Hühner können übrigens bis 4 zählen Und sie können sich Gesichter merken So viel Klugscheißerei von mir heute Nummer 1 ist uns 7 Sie dürfen ruhig klatschen wenn sie wollen Lassen Sie sie nicht Lassen Sie mich von dem Recht daran hindern Ich auch Sind sie einfach eine sehr sehr gut vorbereitete Lügnerin Oder wissen sie das alles Und das Wenn das unsere KandidatInnen machen Nämlich dieses Das weiß ich nicht Oder super Dann bin ich sofort irritiert Also ich bleibe jetzt entgegen aller Sachen Und aller Postgefühle Aller Mindtricks die sie jetzt mit mir spielen Bleibe ich jetzt mal bei ihnen Ich fand auch dass das Dieses diese schon fast Also immer sie hätten so viel Informationen Nummer 1 Und sie haben wirklich zu allem was zu sagen Und nichts davon war irgendwie Geschwafel Sie müssen das einfach sein So wir haben eine klare Favoritin Setzt die Hühner-Coachin Auf der 1 Ah Ich bin gespannt Hau Was? Oh mein Gott Wo kam das? Ich weiß selber nicht wo das hier kam Es gibt etwas was du nicht kannst Das ist ja unglaublich Nein gibt es nicht Ja Lisa du weißt erfahrene Rate Füchse wissen wie es im Hühnerstall aussieht also kandidatin 1 ist die echte melanie ruprecht nummer zwei wer sind sie ich bin lisa wir halten und ja ich habe es eher nicht so mit hühnern er mit hunden und als veganerin kann ich mit eiern auch nicht so viel anfangen ok ja und kandidatin nummer drei ja mein name ist anita ich komme aus stuttgart von beruf bin ich eigentlich bankhoffrau und finanzbuchhalterin habe also eigentlich nichts mit hüdern am hut aber ich liebe tiere ganz besonders den fuchs der eigentlich ja der feind von den hüdern so melanie ruprecht was ist so der wichtigste tipp den sie den menschen geben wenn sie zu ihnen kommen und fragen ich möchte hühner was muss ich beachten also grundsätzlich auch wenn die menschen nicht zu mir kommen möchte ich sagen bereitet euch bitte auf die hühner vor also hühner sind jetzt die kann man sich nicht einfach mal so anschaffen und dann halten und die haben natürlich auch ganz eigene ansprüche damit sie einfach ein gesundes langes leben leben können welche bedürfnisse haben denn hühner zum beispiel wenn es um das futter geht also sie sollten also wenn man hennen hält sollten sie auf jeden fall legefutter bekommen weil da einfach alle nährstoffe richtig legefutter nennt sich das genau das ist einfach hingestreut nein nein das ist einfach eine bestimmte art futter die eben alle nährstoffe so enthalten haben wie die hände das einfach braucht um die eier zu produzieren also es gibt auch ganz viele verschiedene futter ist es auch wichtig damit man damit die hühner auch diesen kalkballen eierschalen produzieren dass sie da so eine ausgewogene nahrung haben ja genau wobei der kalk allein in dem legefutter nicht ausreicht also da empfehle ich auch immer noch zusätzlich kalk anzubieten und glaube ich das haben sie immer gesagt man soll nicht irgendeinen huhn kaufen sondern eher rasse hühner warum ja genau die sogenannten hybriden die werden auch landläufig leer als legehennen bezeichnet das ist die was halt in den großen massentierhaltungen gehalten werden die gibt es aber auch für hobby halter und das problem bei denen ist dass die wirklich so gezüchtet sind dass die jeden tag ein ei legen und das ist für die hennen wahnsinnig anstrengend einfach und geht mit denen auch auf den legedarmen so dass die hennen einfach dann eine sehr kurze lebenserwartung haben und halt richtige alt landrassen die legen nicht jeden tag ein ei aber dafür kann man die halt einfach ja länger behalten und natürlich baut man als mensch eine beziehung zu seinen tieren auf sie haben erzählt dass sie auch den namen geben aber baut auch die henne eine beziehung zum menschen auf die pär aber auch ja die sind empathisch ja auf jeden fall also es gibt natürlich hühner sind individuell wenn es gibt natürlich hühner die wollen weniger mit den menschen zu tun haben aber es gibt auch hühner die sind da total dann anhänglich und wollen dann tatsächlich hochgenommen und gekuschelt werden und also es gibt richtige kuscheln tolle anregungen und tolle tipps vor allen dingen von melanie rupprecht das ist unser hühnercoach Nummer eins wer sind sie ich bin jürgen jörges und bekämpfe den schimmel nummer zwei wer sind sie ich bin jürgen jörges und bekämpfe den schimmel nur einer der drei männer weiß wie man schimmel den da ausmacht und für ihn heißt es jetzt sagt die wahrheit vom huhn kommen wir zum schimmel aber leider nicht zum weißen pferd sondern zu jenem den viele von uns nicht so gern in der wohnung haben und der im schlimmsten falle natürlich auch gesundheitsgefährdend sein kann aber rettung naht in form dieser drei wunderbar engagierten und fachkundigen herren sie machen jeder spore den gar aus und haben viele wertvolle tipps ich heiße jürgen jörges und weiß alles über schimmel es gibt so gut wie keine wohnung ohne ihn denn die sporen dieser pilze fliegen überall in der luft herum und wenn sie sich wohl fühlen setzen sie sich fest dann entdecken sie zum beispiel in der dusche diese schwarzen pünktchen und die werden irgendwann größer und da komme ich ins spiel und weiß was zu tun ist es kommt aber auch vor dass man den schimmel erstmal gar nicht sieht sondern nur einen modrigen geruch wahrnimmt dann spüre ich den übeltäter auf und da ist teilweise detektivische arbeit nötig ganz wichtig mit schimmel ist nichts zu spaßen also warten sie nicht zu lange rett uns jürgen jörges der schimmel experte und das hat auch gar nichts mit hygien oder sauberkeit zu tun sondern ist einfach auch die feuchtigkeit die natürlicherweise in bad in bädern und so halt vorkommt aber ich will nicht zu viel vorweg nehmen smudo faszinierend nur drei die detektivische arbeit die interessiert mich wenn das schimmel nicht zu sehen ist aber vielleicht zu richten wie spüren sie denn auf ja das ist ganz einfach ich habe eine spezielle vorrichtung also meine brille die forensische technik wo ich einsetze das heißt ein spezielles licht wo ich die wand beleuchte und nachher sehe ich genau die sporen vom pilz nummer zwei ich gebe so ein gerät das sieht aus als eine silberne kugel und die hält man so an die wand was ist das das ist der feuchtigkeitsmesser mit dem man natürlich die feuchtigkeit in der wand ermessen kann nun mal also ich bin ziemlich sicher dass sie von häuslebauern die häuser verkaufen gehasst werden weil sie diejenige sind die dann am ende noch immer mit regress kommen kann weil er schimmel gefunden hat manchmal ja ein schwarzer punkt ist das schon schlimm oder ist das wirklich nun vorbote naja wenn der schwarze punkt sichtbar ist dann sind schon mehrere vorboten denn ein schimmel ist ja ein mikrobiologischer befall den ich erstmal nicht sehe also schwarze punkt ist eigentlich schon einen schritt zu weit und da muss man handeln aber kandidat nummer eins wenn dieser schritt zu weit ist da hat man doch ehrlich gesagt gar keine chance dem ganzen irgendwie her zu werden weil man den ja erst wahrnimmt wenn er da ist das ist richtig das ist am schimmel so wenn er da ist ist es eigentlich schon zu spät ja super kandidat nummer zwei was sind sie denn von beruf ursprünglich habe ich maler und lackierer gelernt und mich daran auf latex farben und lacke spezialisiert besonders im kindergarten bereich und wo dann auch einfach viel damit gar und dann gehen und sie kandidat nummer drei sind sie auch maler lackierer ja ich habe noch eine weiterbildung gemacht als tischl im tischl bereich ist der schimmel auch anzutreffen und habe mich dann so spitze wo ist da der schimmel anzutreffen also ich gehe hier holz holz schimmel gibt es auch ja bitte nummer drei gibt es eigentlich auch guten schimmen ja sicher und zwar in der lebensmittelbranche ist es der gleiche der auch bei mir in der dusche ist es nicht der gleiche der in der dusche ist nein ok nummer eins welcher schimmel ist denn harmlos ja der in den lebensmitteln den ich jetzt zum beispiel in der wohnung habe ist jeder schimmel gleich schlimm nein jeder mensch reagiert auch anders auf schimmelpilze von dem er gibt es aber wo muss ich wirklich nur mal zwei die warnleuchten anmachen welcher ist richtig also sofort handeln muss naja bei jedem schimmel also ein schimmel gehört nicht in einen wohnraum rein deswegen sobald ich dann nummer drei schimmel auf den kacheln ist das auch schon wie nummer eins sagt ein anzeichen dass es zu spät ist ne das ist ein vorboten aber das mit ziel ist schon rein in die kachel weil die kachel auch leicht pröse ich mal eins prävention also wenn du schimmel schon auf der auf der kachel hast würde ich ausziehen würde die wohnung wechseln lisa ja kandidat nummer eins wenn ich diesen schimmel auf den fugen haben im badezimmer muss ich die ganzen fugen weg machen oder kann ich das aus den fugen raus bröseln ja man müsse die fugen aus kratzen und dann noch immer ein bisschen neu verfugen ja kandidat nummer zwei sie sagen in jeder wohnung ist schimmel aber wenn ich immer gut lüfte und vielleicht nicht so gut isoliert ist dann sehe ich den ja nie ist er trotzdem gefährlich jeder ist dann natürlich gefährlich weil er dort nicht hingehört ich habe aber nicht gesagt dass überall schimmel wäre sondern dass er dort nicht hin was hilft gegen schimmel wenn ich jetzt sage ich freue mich wenn sie kommen aber ich wäre vorher gerne tätig ist es nur lüften oder was ist noch natürlich ist es lüften oder gerade auch im bad ist die ganze luft zu entfeuchten im bad wir haben handtücher es ist immer feuchtigkeit mit dabei sprich auch dafür zu sorgen dass die feuchtigkeit nicht so stark in den räumen ist ich glaube man kann zusammenfassen die harren haben uns nicht beruhigt im gegenteil gar nicht im gegenteil wir haben uns vielleicht auch aufgeweckt um einmal genauer hinzuschauen in zukunft und maßnahmen zu ergreifen unsere drei schimmel experten kandidat nummer eins der regress fachmann mit dem schwarzen punkt der sagt jeder mensch reagiert anders auf schimmel hat er damit recht oder stimmt die aussage von nummer zwei dem gelernten maler und lackierer der eine schimmel fortbildung durchlaufen hat und weiß dass auch der unsichtbare nicht in die wohnung gehört oder nummer drei denn mit der forensischen lichttechnik aus der schweiz angerückt ist er liebt den edlen schimmel auf dem käse den anderen bekämpfter natürlich und ihr bekämpft jetzt die schwindler und sucht den echten zmutung ja ich sehe in allen von ihnen kann ich einen schimmel experten sehen nummer eins sieht mir aus wie ein ungeziefer experte und dann würde man so lange geschichte erzählen und sie hätten auf jeden fall am ende dieser langen geschichte das richtige werkzeug so kandidat nummer drei aber sie sind der schimmel experte weil sie sitzen hier so kühl und auch zu kühlen freut ich glaube auch tatsächlich nummer eins kammerjäger oder die fläche haben sie auch zimmer irgendwas jagen sie ja ja ganze häuser nummer zwei ist nämlich genau weil das der neue das ist der neue hipster trend die einen machen marmelade die anderen sind barista und jetzt ist man eben schimmel experte ich bin so hin und her gerissen zwischen kandidat drei der natürlich einfach so kühl ist weil das einfach ist es hat mein beruf so wort ich sehe jeden tag schimmel auf der anderen seite kandidat zwei der solle mit leidenschaft da weiß der sagt der ersten spure gesagt hat ich bin am start hier mit den fugen und so ich sag mal kunst der fuge sehr gut ich glaube es ist kandidat zwei weil ich irgendwie diese schimmel leidenschaft an den augen gesehen habe und das kann man nicht auswendig lernen das muss man fühlen also ich fühle die zwei die leidenschaft kommt immer aus jeder spore so also wir gucken mal hin ob meine jury heute richtig liegt die wahrheit ist nur einmal im jahr wunderbar nummer zwei wer sind sie bitte ich bin der matthias und meine verbindung zum schimmel ist ich liebe den schimmel auf dem käse gerade von ziegenkäse sehr schön und die nummer drei bitte ich bin der rolf und meine verbindung zum film ist ich leben auf der salami ja ja da gibt es auch und bevor wir mit jürgen jörges ins gespräch einsteigen schauen wir uns ihn mal bei der arbeit an beziehungsweise das was er bekämpft und das ist das hier ne so geht es los diese kleinen schwarzen pünktchen ein fall für ihn für jürgen jörges aber hier wird auch mal gemessen ist aber das wenn es so aussieht ist dann wohl eher eine komplett sanierung bis hin zum abriss fällig ja das ist schlimme sache ja das jürgen jörges was ist denn das gewesen das letzte war tatsächlich ein holz zerstörende pilz der aus einem kunststoff fenster rausgewachsen ist was ist denn das grund problem ganz allgemein heute in unseren wohnungen also beim schimmel muss man sowieso mal unterscheiden und dann ist es irgendwas kaputt gegangen es hat einen schaden gegeben rohrleitungsschaden oder irgendwas ist am haus einfach kaputt gegangen und feuchtigkeit bringt ein dann können wir den schimmel nicht vermeiden dann müssen wir halt wieder etwas reparieren und dann ist es auch wieder in ordnung das andere problem ist dass wir so ein bisschen verlernt haben wie richtiges wohnen funktioniert ja also wir haben heute eine viel höhere feuchtelast in unseren wohnungen wie noch vor ein paar jahren und woher kommt die hohe feuchtigkeit ja das hat ein bisschen was mit lebensumstellung zu tun ich sage auch immer ich bin zu einer zeit groß geworden ich wurde einmal die woche durch die badewanne gezogen das heißt mein handtuch hing sechs tage lang trocken im bad und heute haben wir jeden tag ein nasses handtuch im bad hängen und das muss ja auch wieder trocknen und es trocknet in die raumluft und wenn dann das lüftungsverhalten nicht stimmt haben wir eine ständig ansteigende feuchte last in der wohnung ja und der rest ist dann physik es ist doch auch die gute isolation der neuen wohnungen dass sie eben nicht so gut durchlüften sozusagen deshalb bleibt mehr feuchtigkeit in den räumen das tatsächlich ein problem ja das ist auch richtig aber die gute isolation führte erst mal dazu dass wir warme wände haben und diese physik ist ja gerade wenn warme mit feuchtigkeit angereicherte luft an eine kalte bauteiloberfläche kommt dann entsteht kondensat aber wenn die wand warm ist kann es nicht kondensieren dann habe ich nur eine hohe luftfeuchtigkeit und noch kein schimmel also es ist tatsächlich die kombi alte häuser kalte wände mit zu hoher feuchte last führt dann in den meisten fällen zu schimmeln was hilft bei befall also ich meine jetzt hausmittelchen nicht dass sie kommen müssen sondern ich empfehle am liebsten wenn man so einen kleinen befall hat so ein isopropanol alkohol in der apotheke holen 70 prozent und da damit den schimmel abwaschen das funktioniert aber wirklich nur bei kleinen flächen wenn der schimmelbefall größer ist sollte man auf jeden fall einen experten holen ja jürgen jörges zumindest waren das ein paar wertvolle tipps aber sie haben uns auch ein bisschen angst gemacht muss ich ehrlich sagen ja schimmel aber wir kriegen es in den griff oder machen wir danke jürgen jörges in der runde 3 sitzen unsere schwindlerinnen und schwindler so nett und harmlos beisammen obwohl sie in den ersten beiden runden enttarnt worden sind haben sie die bodenhaftung nicht verloren sie sind mehr oder weniger erdverbunden lisa darf mit der eins beginnen was macht dich so erdverbunden ja vor genau elf jahren habe ich angefangen zu fotografieren die besonderheit dabei ist ich fotografiere aus der grashüpfer perspektive und zwar nicht aus der forschperspektive sondern noch weiter unten das heißt ich liege so richtig auf dem boden und mache meine aufnahmen ja mit dem job bin ich dann ganz viel im ausland unterwegs musst du da urlaub für nehmen das war schon das sind ja nur 30 lisa in der runde ja ja weil du hattest doch vorhin gesagt dass du was mit banken machst wenn du dann viel im ausland unterwegs bist dann wäre das ja sonderurlaub oder du verbringst deine urlaube mit fotografie ich würde die bilder wahnsinnig gerne sehen ich hätte auch gerne eins für mein entschimmeltes bad und dann drücke ich grün ich glaube sie glaubt die geschichte ich bin erdverbunden ich habe seit 15 jahren ein restaurant und mein hauptgericht ist eine erdsuppe das heißt wir bereiten die einmal in der woche zu und das spannende ist so das knirschen von der erde und dann das spezielle aroma so richtig das highlight und einmal im monat haben wir das eis was nachher dann so knistert in den mund und es geht so richtig zart runter mit dem fett und mit dem das sind wirklich begeistert wir sind bekannt in der schweiz das glaube ich deswegen nennt man euch auch die erdgenossen ja so sehr gut trotzdem es wird sie überraschen glaube ich die geschichte nicht dann hat hat nicht viel glück mit der drei kandidatin drei bin sehr gespannt auf ihre geschichte ja ich habe deutschlands erstes erdhügel café gegründet weil mir die umwelt sehr wichtig ist und das kann man sich so vorstellen wie ein igloo nur dass es eben nicht aus eis ist sondern aus erde und dann ist es eben ja per se schon sehr kühl und das ist für die gäste im sommer natürlich sehr angenehm dort und das beste ist aber eben auch dass ich keinen kühlschrank brauche und am liebsten essen die gäste meinen maulwurfkuchen der natürlich vegan ist der ist am beliebtesten warum klingt das für mich wie eine coole geschichte also weil es eine coole geschichte also das kann ich mir gut vorstellen dieses gemütliche kalte restaurant den entschluss fassen ich fasse den entschluss ihnen zu glauben kann ich bin er verbunden ich habe vor einiger zeit eine juchte in usbekistan gebaut das aus erde inklusive auch den möbeln ist dazu gekommen ich habe eine reise über die mako polo seidenstraße gemacht und bin tatsächlich in usbekistan hängen geblieben und da gehen sie jetzt im sommer immerhin zu ihrer selbst gebauten villa jetzt gehe ich nicht mehr da sind noch ein paar ziegen da aber es klingt so ein bisschen harmlos das glaube ich aber auch aber ich glaube es ist spektakulär ja ich muss es glauben das muss ich glauben sagt er guck mal die lisa hat grün und das mutter hat grün und wer hat reich schön sieht das auch schön ja gut dass auf uns gehörten muss nein rolf kaviezel hat uns erd suppe mitgebracht aus der schweiz das sieht jetzt auch aus wie so ein bisschen sandkasten sand mit wasser aber das natürlich mehr drin was ist dafür eine erde drin genau das ist eine kränkner also eine jura erde die kommt halb aus dem französischen part aus der weltschweiz und wir haben wirklich zehn felder in der schweiz und zehn felder in österreich wo wir aktiv erde abgebaut haben das ist jetzt mehr so im puderbereich also wenn man sie im mund hat hat das leichte knirschen noch was nein das ist wirklich wirklich lecker ich glaube gibt es auch so eine art erzuppen fast food ich gehe im baumarkt und hol mir eine erde also das das muss man die erde hat ein zertifikat und die ersten versuche waren auch so blumen erde es ja aber die gingen warstens ihnen in die hose okay also wir haben wirklich kontrollierte erde und also gereinigt auch ein bisschen es hat noch nie so lange gedauert bis ihr mal was probieren wollte okay achten hammer es ist nicht schlimm lecker was macht denn die erde noch zusätzlich außer zu knirschen also habe ich was davon dass der erde drin ist ja ich habe ein gimmick knirscht ihr zweimal ja nein 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 es ist man hat die gewissen mineralstoff hat man natürlich drin okay man hat und hier hat man eher wenn man in der waldregion ist den pilzigen flavor ich finde geschmack gut dass mit dem knirschen muss man sich daran gewöhnen aber die idee kann nur eine idee bei sagt die wahrheit sein und deshalb bisher heute hier und dankeschön und ja wir essen noch ein bisschen weiter bis nächsten montag würde mich freuen dankeschön bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal